Enttäuschend, ideenlos, nur ein Schuss aufs Tor. So wurde die deutsche Nationalmannschaft zu Recht heftig kritisiert nach dem 1 zu 1 gegen Ungarn und auch die zwei Spiele zuvor gegen Italien und England waren zwar ein bisschen besser, aber auch nicht das Gelbe vom Ei und endeten auch allesamt 1 zu 1. Nun allerdings war der vierte Spieltag in der Nations League. Es war das Rückspiel gegen Italien und man konnte endlich mal wieder überzeugen. Man konnte mit 5 zu 2 gegen Italien gewinnen und dabei vor allem mit der Herangehensweise überzeugen. Doch wie hat Bundestrainer Hansi Flick seine Taktik im Vergleich zu den drei Spielen zuvor geändert? Inwiefern hat es etwas mit seiner Taktik damals bei Bayern zu tun und welche Aussichten hat man damit für die WM im Winter? Dies alles werden wir uns im folgenden anschauen und wir beginnen jetzt mit der Taktik, wie man es im Spiel gegen Ungarn gemacht hat. Schauen uns dazu die Grundordnung der deutschen Mannschaft an und ich gehe jetzt auf das Ungarn Spiel ein, aber die Taktik und Herangehensweise, wie man es gespielt hat, quasi genau gleich wie gegen England und Italien im Hinspiel. Gegen Ungarn stand man im Verteidigen in einem 4-2-3-1, wie man jetzt auch hier an dem Bild erkennen kann. War man dann im Anlaufen, also wenn der Gegner den Ball etwas tiefer hatte und man gepresst hat, dann war es meist auch ein 4-2-3-1, wobei dann halt meist der Stürmer als erster Anläufer draufgelaufen ist. Wobei dieser bei der deutschen Mannschaft variiert hat. Es war immer einer aus dem Zentrum, aber oft ein anderer. So war es halt meist Werner als Stürmer, aber auch des öfteren Havert und teilweise auch Goretzka oder Kimmich, aber halt immer nur einer. Hatte man dann selbst den Ball, was ja zum größten Teil des Spiels der Fall war. Dann hat man die Formation geändert in eine Dreierkette und zwar ließen sich dann immer so quasi so Pärchen bilden. Und dann hatte man eben im 10er Raum zwei Spieler, weil Musiala reingerückt ist, aufgrund dessen, dass Raum nach vorne geschoben ist. Und dann eben vorne drin Werner als Spitze, der dann Laufwege in die Tiefe starten sollte, nach links oder nach rechts und dann eben den Abschluss suchen sollte. Hat man sich dann ein bisschen weiter nach vorne gespielt, war es dann so, dass die Außenverteidiger mit Raum und Hofmann noch höher geschoben haben, bis halt raus an die letzte Verteidigungslinie von Ungarn. Kimmich war dann als alleiniger Sechser zu finden, weil eben Leon Goretzka im hohen Ballbesitz nach vorne geschoben ist und ebenfalls in den 10er Raum ist, womit man dann halt zentral Musiala, Havertz und Goretzka meist auf einer Linie hatte, wo dann immer ein oder zwei Spieler nach hinten sich angeboten haben, um dann halt den Ball zu erhalten. Was sich dann im Grunde nach einer guten Herangehensweise anhört und auch durchaus plausibel ist, hat sich dann letztendlich über drei Spiele hinweg als nicht ganz so gut herausgestellt. Dies liegt unter anderem daran, dass ein Wechsel im Spiel, also von Ballbesitz zum gegnerischen Ballbesitz, der Stammformation von 3er zu 4er Kette schon relativ komplex ist. Und dann vor allem der Linksaußen, der da zum Linksverteidiger wird, ziemliche Probleme hat, hat man ja dann auch in den einzelnen Spielen gesehen. Zum anderen müssten die 2 bzw. dann mit Goretzka die 13er ständig rotieren, was halt überhaupt nicht geschehen ist und dann bräuchte ein ordentliches Tempo im Spiel, aber das war halt wirklich, da kam einfach nichts. Die Mannschaft war ideenlos und wusste nicht, wie sie mit der Taktik umgehen sollte, weil halt so eine komplexe Taktik ist halt schon recht schwierig zum Einüben und in der Nationalmannschaft hat man halt einfach nicht die Zeit, wie jetzt zum Beispiel in einem normalen Verein. Des Weiteren habe ich überhaupt nicht verstanden, warum Flick das überhaupt mit einer 3er Kette machen will. Ich habe da als Vergleichswert immer seine Bayern, mit denen er alle Titel geholt hat im Kopf und da hatte man von den Spielertypen her eigentlich ziemlich ähnliches Spielermaterial, vor allem halt was die Außenverteidiger betrifft und darum geht es ja vor allem in dem System, weil bei Bayern da hatte er als Rechtsverteidiger Pavard, also auch einen Innenverteidiger eigentlich, der halt Rechtsverteidiger spielt und links hatte er Davies, der halt ein sehr offensiver Linksverteidiger ist, genauso wie David Raum und bei Bayern hat er es stets mit einem 4er Aufbau gespielt. Oft ist dann auch Kimmich oder ein anderer 6er hat sich fallen lassen zwischen die zwei Innenverteidiger, somit, dass man dann trotzdem einen 3er Aufbau hatte, aber nur ganz kurz und temporär. Also bei Bayern hat er halt konsequent mit der 4er Kette gespielt. Von hinten heraus im Spielaufbau war es eine 4er Kette mit den zwei Mittelfeldspielern davor, also ein klares 4-2-3-1. Nach vorne hin hat man dann eben genau ein U gebildet, wie man es bei Bayern getan hat. Falls ihr euch jetzt fragt, was für ein U, ich habe es euch hier eingezeichnet. Dabei war dann hinten meist wieder ein 3er Aufbau und zwar hat Gündogan sich neben die Innenverteidiger links hinfallen lassen und somit den Raum von Raum abgesichert. Und wir sehen hier eben auch, die Außenverteidiger schieben gleichermaßen nach vorne. Und der Grund, warum Klostermann sich offensiv so viel mehr einschalten kann, war dann, dass Hofmann, der davor meist als rechter Ringback fungiert hat, dann eher ins Zentrum gezogen ist zu den anderen Offensivspielern und somit dann Klostermann bzw. dem rechten Verteidiger den Raum gegeben hat, auch nach vorne zu gehen. Das Ganze zeigt sich auch hier in den Heatmaps. Hier Lukas Klostermann gegen Italien, also er ist hinten, aber geht auch mit nach vorne mit. Und hier ist seine Heatmap gegen England. Und da sieht man, er ist eigentlich quasi nur in der eigenen Hälfte. Nach vorne hin ist fast gar nichts. Wenn wir die Heatmap anschauen mit den durchschnittlichen Positionen der Spieler, dann sehen wir, wenn wir das Englandspiel betrachten, dass Hofmann als rechter Außenverteidiger tiefer stand wie Raum auf der anderen Seite. Somit konnte Klostermann gar nicht nach vorne hin mitmachen, weil ihn Hofmann dem Raum eigentlich beklaut hat. Und schauen wir jetzt die durchschnittlichen Positionen hier an, im Spiel gegen Italien. Dann sehen wir Hofmann zentral und Klostermann kann nach vorne mitmachen und ist auch sogar auf ähnlich der Höhe fast wie David Raum auf der anderen Seite. Und man sieht dann eben auch noch Kimmich im Zentrum und davor die vier Spieler formieren dann jeweils so zwei Zweiergruppen. Darauf werde ich gleich noch näher eingehen. Aber wie hat Deutschland gegen den Ball gespielt? Und da war es dann nicht wie in den vorherigen Spielen, wie die Grundformation ein 4-2-3-1. Man hat sich klar jedes Mal in ein 4-4-2 fallen lassen, wie ihr es hier auch sehen könnt, wo dann halt die Flügel neben die zwei Sechser, Kimmich und Gündogan gerückt sind und hinten mitgeholfen haben, während Müller vorne rechts neben Timo Werner aufgerückt ist, dass man da dann so eine Zweierspitze hatte. Und auch im Anlaufen war es dann oft ein 4-4-2 mit Müller vorne dabei, aber es gab auch mal einzelne Pressingszenen, wo Werner dann halt als erster angelaufen ist. Durch das 4-4-2, wie wir es hier sehen, war dann auch das Verteidigungsverhalten, finde ich, im Vergleich zu den vorherigen Spielen besser und auch viel kompakter. Bei den Gegentoren war es dann halt so, dass beim ersten der Fehler war, dass man zu tief stand und beim zweiten hat die Abwehr halt schon im Kopf abgeschalten gehabt. Hier auch noch ein Bild, das zeigt, wie gut es 4-4-2 gegen den Ball ist, weil es halt einfach so kompakt ist und man die Laufwege gut zustellen kann. In dem Fall ist es Gündogan, der dann den Ball abfängt und dann zu einem Gegenangriff einleitet. Im Mittelfeld hatte man das Spiel über eine richtig gute Raumaufteilung. Man hat mit wenig Kontakten gespielt und somit wurde ein simples, aber schnelles Spiel nach vorne möglich. Wir haben einmal hier Klostermann, spielt in die Spitze auf Müller, der den Ball dann klatschen lässt mit dem Rücken zum Gegner auf Gündogan, wobei dann Leroy Sané, der oben hier steht, in den Raum einstarten kann, wo dann Gündogan hineinpasst, was dann halt wirklich alles flüssig abläuft, dass Sané schon startet, bevor der Ball überhaupt zu Gündogan kommt, was halt alles eintrainiert ist. Wir sehen dann hier, Sané ist durch mit viel Raum und den weiteren Offensivspielern. Noch eine Szene, hier ist es Werner, der auch im 4-4-2 als andere Spitze agiert hat, auch er mit dem Rücken zum Gegner, lasst den Ball prallen, erneut auf Klostermann und wir sehen schon oben, Sané mit großen Schritten startet in den Raum und der Ball kommt dann auch von Klostermann perfekt, auch Sané, der nur noch einen Mann vor sich hat und sogar drei Mitspieler. Das Muster zum hinten rausspielen war dann also echt oft so, dass es einen Pass in die Spitze auf Müller oder Werner gab, die den Ball dann klatschen lassen auf einen Mittelfeldspieler, wobei dann während das passiert, gleichzeitig direkt Sané oder Hofmann in die Tiefe stoßen. Und zwar hat man das meist offensiv in einem 4-2-2-2 gespielt, wobei dann die Außenverteidiger von den hinteren vier meist variabel aufgeschoben sind, je nach Spielgeschehen. Dann hatte man die zwei Sechser beziehungsweise Achter mit Kimmich und Gündogan und dann gab es davor quasi zwei Zehner, die sich echt zentral aufgehalten haben, um den Außenverteidiger den Platz zu geben und das waren dann eben Sané und Hofmann, wobei Hofmann und Müller auch oft getauscht haben im Ballbesitz. Wir sehen das Ganze auch hier, Balle hinten raus, man überspielt Italien, alle Spieler sind vor einem und zwar haben sich dann die Zehner quasi mit Sané und Hofmann ständig zwischen den Ketten von Italien bewegt, sich freigelaufen. Hier eben Hofmann, dann spielt Süle zu Hofmann. Dadurch zieht man eben Bastoni aus der Kette raus, der eben Druck auf Hofmann ausüben will. Somit kann Sané zu Werner stoßen und man hat eigentlich nur noch einen Innenverteidiger gegen zwei Spieler. Hofmann spielt raus auf Müller und Müller hat dann den Ball und kann auf den einstartenden Sané spielen, der frei ist, weil der andere restliche Innenverteidiger von Werner rausgezogen wurde. Und wir gehen noch mal kurz zurück, um uns das vorne anzuschauen, denn bei diesem System geht es halt echt vor allem um Zentralität. Man hat halt jeweils zwei Gruppen, die sich alle im Zentrum befinden und so lässt es sich echt gut kombinieren, wie man ja auch sieht. Aber vor allem geht es darum, wenn man den Ball eben in dieser Zone verliert, dann steht man direkt mit vielen Mann auf engem Raum da rum und kann den Ball dann mit gutem Gegenpressing so schnell wie möglich wieder zurückgewinnen. Und dadurch ist die Mannschaft auch viel mutiger aufgetreten. Man hat sich Sachen getraut und wenn sie mal schief gegangen sind, dann hat man direkt ins Gegenpressing umgeschalten und versucht den Ball so schnell wie möglich zurückzuerobern. Und eben durch diese Zweiergruppen vorne, durch die vier Offensivspieler, gab es dann auch viel mehr Rotation wie eben in den Spielen zuvor. Und so verwert man den Gegner eben. Immer hat man einen anderen Gegenspieler. Man kann dann in die Tiefe stoßen, sich anbieten. Das sorgt wirklich für Flexibilität und hilft dem Spiel offensiv enorm. Das Ganze hat dann eben auch in der zweiten Halbzeit funktioniert, wo Italien dann ja mit einer Fünferkette gespielt hat. Das heißt, man kann das Ganze wirklich gegen jeden Gegner so durchziehen. Und ich meine, das wissen wir ja eigentlich. Deswegen, ich war wirklich erstaunt, dass Flick im Grunde nicht genau gleich spielt mit Deutschland wie mit Bayern, weil er hat das Spielermaterial. Jetzt hat er es getan und es funktioniert. Des Weiteren hatten die Innenverteidiger im Spiel gegen Ungarn die meisten Ballberührungen der deutschen Spieler, wohingegen im Spiel gegen Italien, Kimmich und dann als zweiter Gündogan die meisten Ballkontakte der deutschen Mannschaft hatten und somit die Schaltzentrale des deutschen Spiels gebildet haben. Und es zeigt auch nochmal, wie kreativ und einfallslos man gegen Ungarn war. Da hat man eigentlich nur mit den Innenverteidiger den Ball hin und her geschoben. Und gegen Italien war es viel besser. Man hat die Mittelfeldspieler eingebunden. Man hat vertikal direkt nach vorne gespielt, schnell und nicht so langsam wie gegen Ungarn. Und man wusste einfach, was man tun sollte, anders wie im Spiel gegen Ungarn, wo es dann halt auch die ungewohnte Formation war. Das Ganze lässt mich dann auf jeden Fall zuversichtlich nach Katar blicken, also zumindest auf das Fußballerische von Deutschland, dass man dort gut abschneiden kann. Denn ich hoffe jetzt mal, Flick hat auch selbst begriffen jetzt, dass das einfach seine Taktik ist. Die kann er gegen jeden Gegner durchziehen. Das hat er mit Bayern gesehen. Und auch mit Deutschland hat er von den Spielern her die Qualität im Kader, das zu tun. Das war es dann also von dem Video. Was sagt er zu dem Ganzen? Seht ihr es anders? Seht ihr es wie ich? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.